Mich wurmt es, wenn ich nur dran denke. Es saß zu München in der Schenke ein Protz mit dunkelroter Nase beim elften oder zwölften Glase. Da schlich sich kümmerlich heran ein armer alter Bettelmann, zog vor dem Protzen seinen Hut und fleht, »Näher, ach, seins so gut!« Der Protz jedoch fuchsteufelswild, statt was zu geben, flucht und schillt, »Geh's von aus, du alter Lump, du schlechter! Nix möchte, als grad saufen möchte!« »Näher, ach, seins so gut!«